willkommen zurück bei unserem straßenbau auftrag in echo ja ich habe wie gesagt den einen rahmen hier entfernt ich habe die spurtrennung hier entfernt die die begrenzung streifen und es bleibt mal wieder eine baumkrone hängen warum auch nicht wir wollen jetzt erst mal diese reihe noch setzen das wird so eine normale steinziegelreihe und dann machen wir erstmal die die begrenzung zu den seiten erst mal und dann natürlich noch die pfeiler unten weil das ist nämlich tatsächlich eine brücke ja das ist so richtig haben wir das hier dann ja da ist dasselbe gut also habe ich schon mal die richtigen steine ausgewählt das finde ich schon mal ganz ganz toll wenn ich dauernd hier mit meiner frisur die ich nicht habe in den baumkrone hängen blieben würde hängen blieben fängt ja schon wieder toll an nicht mal eine minute naja immer eine minute nicht mal so falsch so dann kommt weiter vorwärts ja ich bin glaube ich ein bisschen zu hast dich gerade ich bin etwas zu hast dich hau ab du wolf ist das hier richtig ja es ist richtig aber hier hört die strecke ja noch nicht auf die hört ja nur darauf weil da wieder erde ist gut alles da wollen wir noch ein paar straßensteine dann führen wir den reststraßen noch auf dann müssen wir auch schon nach unten springen und dort die säulen setzen und dann können wir auf dem in dem zuge auch gleich die bäume noch weg kloppen die uns ein bisschen die sicht nehmen ach guck einer an hier liegen sie jetzt rum immer in meiner gegend das ist doch toll immer immer in meiner umgebung das ist schön das freut mich irgendwie das ist sehr beruhigend ich hoffe ich schon also also ich scheine eine sehr beruhigende art auf die natur zu haben für gut so ist es leichter zu fangen so es ich meine es sah jetzt nicht so schlecht aus mit den begrenzungsstreifen aber ja es ist ich glaube es ist ein bisschen bisschen zu groß ist ein bisschen groß glaube ich würde ich sagen so jetzt wollen wir erst mal die bäume umhauen oder nein wir setzen erst mal sollen kommt wir setzen erst mal sollen 61 hoffe das reicht das wäre schön dafür breche auch mehr gerne mal ein bein so zwischendurch so säulen kolumnen 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 das falsch da ist richtig gut dann müssen sie aber wieder weg ja warum haupt warum nehme ich dann auch erst steine mit warum 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 egal so dann hier noch mal so den und den und hier den auch noch da ja ja man könnte zwar auch lassen aber warum es ist material was man halt sie sparen könnte so jetzt hier noch mal eine weitere säule die säule der welt die säulen der welt heißt ja sogar eigentlich so den und den und da auch sehr gut so haben wir schon die vorletzte säule schon na der hat ja und der wollen neugierig cool so hier passt bestimmt nichts hin doch passt auch glück kommt so und dann können wir auch gleich wieder hoch und hier nicht das wäre so schön gewesen es wäre schön gewesen hätte ich einen reisig besen hier kommen wieder hoch stimmt hier war ja eine ich glaube ist eine noktura stufe stufe ich glaube schon ich glaube der hat er sich hier gebastelt um hier hoch zu kommen so natürlich müssen wir in die richtung natürlich auch noch die straße verbreitern da müssen aber erst noch erde buddeln so jetzt wollen wir erst mal wieder runter mit der kettensäge natürlich geht schneller wenn sie gut wer auch nicht vielleicht auch nicht unbedingt aber was soll's warum klappt hier noch so ein großes loch da war der baum drin aber warum ist hier noch so ein großes loch habe ich da wieder habe ich wohl übersehen habe ich wohl geschlampt ich bin ja echt ein ordentlicher mensch eigentlich und eigentlich recht penibel deswegen muss ich auch das gleich noch wieder korrigieren du säg doch mal den baum da durch mann nummer dummer dieser mensch gut alles klar dann müssen wir halt wieder nach oben wenn es gerascheln nicht immer wäre also entwickler da habt ihr euch wirklich eine gemeinheit einfallen lassen ernsthaft der quatsch wieder unten so gut dann haben sie gegröselt auch gleich wieder ab da ist auch noch mehr sprach der rabe richtig nimm mal mehr nimm mal mehr nimm mal mehr so jetzt haben wir hier schon mal den baum entfernt das ist sehr gut das müssen wir noch mal auf anderen seiten dann müssen wir noch mal runter dann müssen wir sogar noch mal runter bevor war die andere seite da anpassen können warum nicht hier schon wieder so viel gegröselt weiß ich nicht ich weiß nicht warum hier ist was liegt ist gar nichts hin geflogen oder? oder doch na scheinbar doch muss ja irgendwas hin geflogen sein da ist das gelände auch ein bisschen platt was heißt das gelände halt da wo es gegröselt niedergekommen ist die Niederkunft Vorsicht hier ist ein Loch Vorsicht hier ist noch ein Loch so jetzt fangen wir erstmal an dieser Seite an zu sägen dann ist das aufsammeln etwas leichter so und rein damit und hier ist gar kein gegrösel warum ist hier gar kein gegrösel? ok gut jetzt wollen wir uns erstmal die die Zählernsamen in den Hals reinjagen längst oder am Stück ist mir auch egal schmecken recht holzig und auch recht trocken so dann wollen wir mal hier leider können wir uns gerade nicht runterspülen wir haben gerade kein Sprit dabei Sprit schon aber den können wir nicht trinken mit Sprit meine ich eigentlich unter den schwarz gebrannten so jetzt wollen wir hier nochmal die Löcher nochmal auffüllen das war etwas los gut alles klar ach jetzt habe ich immer noch die Klums Klum 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 die war das die brauchen wir hier das ist natürlich ärgerlich gerade da müssen wir gleich nochmal kontrollieren die müssen sich ja irgendwo genau hier man kann sie ganz gut von den anderen unterscheiden das war da hinten hier hier war doch noch irgendwo hier war doch noch wo denn ähm ähm ach hier gut nein ach Mensch nein nein lass das doch mal krieg doch mal die Zähnen auseinander ja dann kannst du besser klicken mit der Maus so neugieriges Pack dieses Hirschkram sowas ähm gut jetzt brauchen wir noch zwei Straßensteine und dann können wir in die Richtung erstmal weitermachen ja ach ich glaube einer von den beiden war der Enthauptete ne ja ich glaube ja der Enthauptete natürlich ich meinte dem Baum ohne Krone als ich gerade so unüberlegt wieder vor mich hingen gesäuselt habe so ach hier Leitplanke müssen wir auch noch ziehen und ich muss gleich jetzt mal ganz kurz husten merkt man bestimmt kaum und zwar mach ich jetzt mal so ganz nebenbei so hat man bestimmt nicht gemerkt so dann wollen wir hier mal äh Leitplanke setzen ich weiß noch Dura hat noch Leitplanken en masse und da haben wir sogar Zugriff drauf aber nein die können wir auch selber basteln aber finde ich schon cool dass er Leitplanken tatsächlich äh nutzt also die Mod finde ich toll ganz ehrlich finde ich klasse ich habe sie noch nicht mal genutzt und warum warum ist jetzt so viel Leitplanke noch äh am fehlen weil wir hier doch das Stück verlängert haben mal gucken oder ja eins zwei drei vier wow vier ganze Leitplanke fehlt also an dem Stück was auch nicht schlimm ist so ja die Straße ist schön breit die ist schön breit geworden das muss man ganz das muss man ganz offen und ehrlich sagen so äh Axt und hier war noch irgendwo ich habe hier noch irgendwo eine Bohne gefunden ah hier die gute Bohne ach ja die hat ein Aroma Autobohnen sind mir die liebsten ah ja das sind die die geben so viel Entspannung ich weiß nicht warum ich jetzt schon wieder Axt nehme keine Ahnung geht aber auch schnell damit so null los hau doch mal drauf auf den möglichst nicht immer auf den Stumpfbereich das wäre schön da hat es nämlich null Wirkung wenn du da drauf brauchst Magie hm weißt du doch merkst du es mal so und hier den und den ja ja und jetzt echt auch ein bisschen wie trocken Pansen so leicht also wirklich also ganz ganz arg trocken der Pansen so jetzt können wir theoretisch können wir vielleicht ja na könnte könnte ich weiß nicht kann man mit dem auch auch ein bisschen nach unten buddeln das wäre schön auch unwahrscheinlich aber es wäre schön ah Moment Max hat glaube ich eine Frage jetzt müssen wir mal ganz kurz aussteigen und äh hallo Max na zwölf Gänge bin du beendet äh ja 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 ich habe es halt langsam in mich reingestopft ihr müsst wissen ich habe zwischendurch gerade äh es war gerade eine etwas längere Folgenpause und da habe ich gerade etwas etwas ähm futtern müssen ah ok ja ja ich wollte mal nachschauen ich hatte vorhin auch zwei drei Fragen aber die haben sich mittlerweile geklärt ok ich bin gerade äh Komponenten für den Motor am herstellen mhm und äh circa eine halbe Stunde müsste ich dann mein erstes Fahrzeug haben ui das ging aber flott ui das ging aber flott ja ich habe jetzt die ganze Zeitbänke gebaut bin jetzt auch die große Fabriklater am basteln mhm habe gemerkt wie viel Eisenmann braucht und mal eben so eine Klippe aus äh aus der Wüste aus dem Klopp von Sandstein hehehe ja ja das läuft läuft na das ist doch schön ist doch wunderbar für und da ich jetzt äh ich bin im Welsen bin im Welsen bin äh ich habe so gut wie gar keine Schlacke mehr die ich loswerden muss also und das ist gut jetzt ist ganz neun Schlacke die liegen bei mir rum mhm aber ja und grad verwert 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 ich die erdrampen damit ich mal ein bisschen auf das level komme beim Cycling mhm boah okay blau rund so cool ist doch wunderbar boah das stimmt jo der eh war noch grad eben beim Quincy reingeschaut mhm der ist mittlerweile Level 190 im Fallout ach du ahnst es nicht Der lebt ja auch da drin Du musst dich glaube ich ein bisschen lauter stellen Sonst kann man dich gerade nicht mehr hören Besser? Ja etwas zu laut So Ja Wäre hilfreich wenn du währenddessen auch was sagst Das ist immer sehr nett Ja hallo 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 Da so ist schon besser So ist schon besser Gut Und was wird jetzt gebaut? Ach hier nur noch der Rand so ein bisschen hier Und dann Dann ist auch bald schon wieder die Folge vorbei In ca. 5 Minuten Folge vorbei? Achso du nimmst gerade auf? Ja ich dachte Ich habe das kundgetan Indem ich halt gerade meine Zuschauer Darauf hinwies dass ich gerade Was mir in den Hals reingestopft habe Ähm Ah Oh Okay Ja ist doch nicht schlimm Ich gehöre ins Bett Äh warte mal ich muss noch kurz gucken Es ist doch erst 2 Ja das ist eine ganz normale Uhr Ja ja natürlich Natürlich Na klar So Ich lieb das übrigens Wenn das Krönzeug hier Durch die Gegend fliegt Von der Optik her Finde ich auch ganz gut Hm Finde ich immer ganz schick Hm Jojojo Ist fast wie eine Wie eine Intimrasur So fliegt das bei mir auch immer Was? Gedenklich buddelt man auch einfach Auch einfach zu tief Dann blutet man so ein bisschen Ähm Ja Was denn? Alles gut? Und dann Dann stirbt man erst mal Durch das Brennen Ne das geht Das geht Das geht Eigentlich Was denn Was? Ah jetzt Ah stimmt Das war also Ach so einer Ach basalt Na Gott sei Dank Nur einer Alles gut Da muss ich fünfmal drauf kloppen Also die Teile mache ich immer einen Bogen Hm Hm Obwohl mit dem Skizze Wär es gerade glaube ich schneller gegangen Aber Jojo Komm Es war nur einer Von daher Geht das doch nicht noch Das kann man noch verkraften So Eine Straße habe ich übrigens jetzt auch gebastelt Hm Ja so eine Erdstraße Oder eine richtige Erstmal eine Erdstraße Aber ich wollte gleich Wenn alles verwertet ist Eine Asphaltstraße im Bastelt Uiuiuiui Die mit der wahnsinnig schicken Textur Ich habe die Textur noch nicht gesehen Erwartet mich was Schlimmes? Naja Es ist jedenfalls nicht sehr Nicht Es ist nicht sehr legit Es ist Also doch lieber Ja deswegen Also ich nehme am liebsten Diese Straßen Sind zwar nicht die schnellsten Aber es sind die schönsten Aber Natürlich haben die Asphaltstraßen Auch einen gewissen Vorteil Die Fahrzeuge fahren darauf schneller Ja Also auf diesen hier fahren die Fahrzeuge 1,4 fache Das 1,4 fache Von dem was auf Erde fahren Und auf der Asphaltstraße Glaube ich das Zweifache Können aber das 1,8 fache sein Du bist aber flott unterwegs Naja geht so Also der Trecker Der wird trotzdem kein Trophäe dabei gewinnen Leider Aber Ja das stimmt Habe ich mir eigentlich verrechnet Ne ne 1,2,3,4,5,6,7,8 Passt 8,8 Ach Deshalb Deshalb Darum und deswegen Vor allem deswegen Deswegen Ah Und hier Dann ist das ja gar nicht mal so richtig Hier das finde ich ja schon wieder ganz toll Dann müsste ich hier Obwohl doch Das geht Doch Oh Dann hätte ich den gar nicht wegbubbeln müssen Ach ich bin ja so doof Ähm Gut Dann Kommt hier halt kein Stein mehr hin Dann kommt hier jetzt komplett Erde hin Die auch gleich geplättet T-t-t-t-t wird Und dann Ich glaube ich habe jetzt ein paar Löcher da drin Ne Bestimmt Oh Nicht Oh Uiuiui Da war der Mittelfinger heute mal richtig schnell War Cool Du musst wissen Ich klicke Meine rechte Maustaste mit meinem Mittelfinger Ne Ja Das ist so Entschuldigung Aber nur die rechte Maustaste Und die linke mit dem Daumen oder was Nö Die linke mit dem Zeigefinger Ah ok ok Und die Maus halte ich mit Dem Handballen Nein nicht mit dem Handballen Mit dem Hand Wie heißt denn das eigentlich Die Handfläche genau Ich wollte fast Handbauch sagen So ein Quatsch Weil ich gerade so auf Handrücken fixiert war Ähm Mit dem Mit dem Mit der Handfläche halte ich Die Maus fest Und den Daumen Bitch Gut Ja Naja Ach komm Ist ja Ist ja alles nicht so Ist ja alles nicht so Ne Altert wieder raus Zwar schwierig Aber es altert Ähm So Was wollte ich jetzt noch machen Zwischen den Folgen Zwischen den Folgen Muss ich vielleicht noch ein bisschen Leitplanke herstellen 1 2 3 4 Und äh Ja nächste Folge glaube ich Machen wir Hotel Da warten ja noch ein paar Zimmerchen auf uns Ein paar schicke Stunden Hotelzimmer Und äh Die werden wir erstmal schön ausstatten Und dann äh Ja Glaube ich Wird glaube ich ganz interessant werden So ein bisschen abwechslungsreich Einmal Hotel Einmal Straße Ich glaube das geht dann schon Und ich mache ja auch dann viel noch Zwischen den Folgen würde ich sagen Nun also Bis zur nächsten Folge Eko Vielleicht auch wieder mit dem Hamster Und mir natürlich für Axel P Tschüss Tschüss Gehabt euch wohl Bum